oder halt zumindest nicht genug wie es aussieht halt immer also es war irgendwie weird aber na gut das match beginnt match beginnt sind echt ganz ganz weirde spielzeuge am rumliegen irgendeiner von denen war halt immer dieses was war das denn dieses ganz jetzt weiß ich was du gemeint hast von dem telefon alter wie geil ist dieses telefon zum rumfahren kann ich damit anrufen die sekunden noch ach da kann man gar nicht hin okay du bist unten drin okay cool perfekt für die gewesen bei mir eine garage Die laufen nach hinten hoch. Kacke, ja natürlich. Lauf in die Mitte, da sind jede Menge Hindernisse wieder für die. Ja, ja. Ja, ich... Oh kacke, mir kam jemand entgegen. Und hier draußen ist ein heiler Orb. Ah, das ist... Ja, cool. Ich habe mich auch aufgesaugt. Weißt du, wer dich aufgesaugt hat? Ähm, Faro. Okay. Wenn Faro steht, kann man dich wieder bedienen. Okay. Das heißt, wir könnten eigentlich versuchen, Faro zu kriegen. Aber die laufen natürlich auch schön zu dritt rum. Ich bin ganz woanders. Aber das sind jetzt zwei von deinen Poltergeist, die haben schon ausgelöst. Ich weiß jetzt nicht, ob die vielleicht sogar auch schon Schaden geholt haben. Hä, warum wusste ihr das? Wie alle drei da? Soll ich dir helfen? Nee, 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 nee. Alles gut. Okay. Okay, also hier unten oben sind zwei Heil-Orbs. Mhm. Hinten oben drauf. Auf dem Schildchen. Aber da sind auch zwei Dudes drauf. Oh mein Gott. Sehr schön. Oh. 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 Ich hab den zu spät gesehen. Oh nein! Boah, das war so anstrengend mit denen. Ich hab halt voll diese viele Sachen verdorben, aber die haben sich nicht einmal angefasst. Ja weißt du was wir am besten machen gleich? Das habe ich gerade gesehen aber zu spät realisiert, du verdirbst ein paar Sachen, also du machst deine Fähigkeit und ich lass sie wie als Poltergeist in die Luft schweben, weil dann brauchen die gar nichts machen, sondern das wird auf dir geschleudert und die kriegen doppelt so viel Schaden. Das ist geil. Okay, das ist smart. So gut, das machen wir gleich. Ah, nice. Dann beieinander. Ah, die laufen alle wieder zum Generator. Ja. Guck mal, ich würde sagen. Ich weiß halt nicht wie das funktioniert, dass man den Damage macht. Ja, also guck mal das Ding ist, man kann sich mit Sachen dahin schleudern. Ich krieg das nicht gebacken, ich muss draufschlagen. Ich finde das mit Dings super schwierig. Was wir machen können ist, ich starte hier unten, öffne die, doch die sind schon offen, die Tore hoch. Okay, haben wir das schon mal gemacht? So, was wollen wir machen? Ach, ich habe keine Ahnung. Gar nicht. Ich finde das so schwierig. Mhm. Ja, wir haben drei Minuten dreißig. Wir haben noch Zeit. Ich gehe erstmal kurz zum Schrein. Ich muss nochmal schauen, ob ich überhaupt alles da habe. Ich habe alles, was ich brauche. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was man noch machen kann, was ich. Arsenal ändern. Ist da irgendwas? Okay. Jawohl. Jetzt können wir loslegen. Ja. Okay, 321 go. Ich kann die nicht. Ja. Jawohl. Oh mein Gott. Nice. Wuuu. 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 Die haben einen so abgefuckt, ne? Alter. Den Sieg haben wir uns so verdient, ey. Er ist auch so. Das war ein bisschen zu intens. Ja. Du weißt, 80% der Runde müsst ihr auch geflohen, also. Ja, stimmt allerdings. Das muss man schon auch sagen, ja. Ja. Da wäre ich auch ganz schön ab. Äh. Ja. Da wäre ich auch ganz schön durch. Mit den nicht vorhandenen Beinen in die Hand genommen. Ja, vor allem.